Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Johannes Sperling und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, wie findet man starke, unterbewertete Aktien? Wie konkret findet man die leckeren Schnäppchen? Hochspannend für all diejenigen, die ein Vermögen aufbauen wollen. Dranbleiben lohnt sich also. Los geht's. Bevor wir loslegen, wichtig, dass Sie verstehen, dass dieses Video trotz sehr umfangreicher und sorgfältiger Recherche keinen Aufruf zu konkreten Anlageschritten darstellt. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Anlagenberatung. Wir wollen also definitiv nichts dem Zufall oder Glück überlassen und schon gar nicht nach persönlichem, subjektivem Bauchgefühl entscheiden, sondern wirklich fundiert die richtigen Aktien finden. Welche Komponente man dazu benötigt, habe ich unter anderem in diesem Video hier beschrieben. Und heute wollen wir uns eins davon rauspicken, nämlich die Fundamentalanalyse und die dazugehörigen Zahlen. Denn gute Investments sind wirklich messbar. Und wenn man weiß, wie man diese Investments oder potenzielle Investments messbar macht, dann kann man sie auch ausfindig machen. Also die guten Einstiege und es für sich nutzen. Und das tun wir im heutigen Video. Und zum Schluss werde ich sogar noch ganz konkret und zeige euch praxisorientiert, wie ihr dieses Wissen bei eurem Broker oder eurem Depot anwenden könnt. Fangen wir mit dem sogenannten Kursgewinnverhältnis an, abgekürzt KGV. Die wohl bekannteste Größe bei der Unternehmensbewertung. Das KGV wird berechnet, indem man den aktuellen Aktienkurs durch den vom Unternehmen pro Aktie und pro Jahr erwirtschafteten Gewinn dividiert. Konkretes Zahlenbeispiel, wenn eine Aktie 100 Euro kostet und der Gewinn pro Aktie und pro Jahr bei 10 Euro liegt, dann hätten wir einen KGV-Wert von 10. Und das wäre ein ziemlich guter Wert. Denn das würde bedeuten, das Unternehmen braucht 10 Jahre, bis sie genauso viel mit ihren Gewinnen erwirtschaftet haben, wie der Aktienkurs ist. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, auch ihr Investment würde sich in 10 Jahren amortisieren. Das heißt, logisch betrachtet, je niedriger der KGV-Wert ist, desto besser ist es für das Investment und desto günstiger und unterbewerteter ist die Aktie. Vorsicht ist dennoch geboten, man sollte sich niemals auf eine einzige Kennzahl verlassen. Und das aus einem guten Grund. Beispiel auch hierfür. Wenn wir eine Krise haben und der Aktienkurs massiv einstürzt, dann hätte es zur Folge, dass wir einen sehr, sehr guten KGV-Wert hätten, weil vermutlich noch die Gewinnprognosen im Zuge dieser Krise noch nicht nach unten angepasst wurden. Das verzerrt natürlich das Bild. Machen wir uns also lieber von einer einzigen Messzahl nicht abhängig und greifen deswegen zu der nächsten, nämlich zum sogenannten KCV, Kurs Cashflow-Verhältnis. Eine echte Alternative zu der vorher genannten Messzahl und hat sogar einen Vorteil, es ist weniger manipulationsanfällig. Warum? Im Rahmen der Bilanzpolitik kann das Unternehmen natürlich auf den Gewinn bis zu einem gewissen Grad einwirken und zwar in Form von Investitionen, Rücklagen oder Art und Auswahl der Abschreibungsmethode. Beim KCV wird aber nicht der Gewinn herangezogen, sondern eben der operative Cashflow. Man teilt hier den Aktienkurs durch den Cashflow und bekommt somit einen Wert raus und dieser Wert hier gilt genau das gleiche wie bei der vorherigen Zahl. Je kleiner die Zahl ist, die hier rauskommt, desto eher unterbewerteter und günstiger ist die Aktie. Doch Achtung, auch hier gilt, natürlich können gewisse Krisen oder Aktien abstürzende Effekte auf diesen Wert einwirken und zu den Verzehrungen führen. Eventuell ist der Aktienkurs eingebrochen, aber der Cashflow wurde noch nicht angepasst und somit bekommt man verzehrte, nicht der Wahrheit entsprechende Messzahlen raus. Kurs-Buchwert-Verhältnis, abgekürzt KBV. Eine besondere Zahl unter allen Messzahlen. Das Besondere daran ist, dass hier der Aktienkurs nicht ins Verhältnis zu dem Ertragswert gesetzt wird, sondern ins Verhältnis zu dem Substanzwert eines Unternehmens. Man teilt hier also den Aktienkurs oder dividiert den Aktienkurs durch den Buchwert je Aktie. Kompliziert genug, ich weiß, deswegen bin ich jetzt bemüht, das in einfacher Sprache auszudrücken, was das für die Praxis nun konkret bedeutet. Nun, in der Realität ist es so, dass fast alle Unternehmen einen KBV-Wert von mehr als 1 und viele sogar von mehr als 2 haben. Das ist an der Stelle auch nicht verwunderlich und bedeutet, dass die Unternehmen an der Börse mehr wert sind, als es den Nettovermögenswerten je Aktie entspricht. Warum ist das so? In den vorherigen Videos habe ich oft genug betont, dass man an den Märkten nicht nur die Gegenwart kauft und schon gar nicht die Vergangenheit, sondern vielmehr die Zukunft und die damit verbundene Fantasie, wohin es mit der Aktie und mit den Unternehmen gehen könnte. Man kauft also mit der Aktie auch zugleich das Know-how eines Unternehmens und die Fähigkeit, den Glauben an das Unternehmen, dass sie und dieses Unternehmen nicht nur jetzt einen Gewinn erwirtschaften kann, sondern auch in der Zukunft und zwar am besten einen steigenden Gewinn. Deswegen ist dieser Wert auch durchaus interessant und gilt als gute Ergänzung zu allen anderen Kennzahlen. Kursumsatzverhältnis abgekürzt K.O.V. Eine ebenso interessante und wichtige Kennzahl und vor allem eine besondere Bewertungszahl für Unternehmen, die man analysieren möchte und die noch keine Gewinne erwirtschaften. Sei es aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen, Investitionsplanungen oder ähnliches. Natürlich sei an der Stelle gesagt, es ist nicht Sinn und Zweck, in Unternehmen zu investieren, die auf Dauer nicht profitabel sind. Da sollte man lieber die Finger weg davon lassen. Doch wenn ein Unternehmen nur vorübergehend rote Zahlen schreibt und man durchaus das Potenzial erkennt, dann kommt man hier an der Stelle mit dem KGV-Wert, den wir anfangs des Videos erwähnt haben, nicht weiter, weil hierzu gibt es noch keine Gewinne. Aber K.O.V wäre genau die richtige Bewertungszahl. Nochmal an der Stelle ganz klar gesagt, es lohnt sich nur dann, sich dieses Unternehmen anzusehen und diese Bewertungszahl oder diese Kennzahl heranzuziehen, wenn man tatsächlich realistische Chancen sieht, dass die Lage des Unternehmens aktuell nur vorübergehend sei und dass im folgenden Jahr auf jeden Fall nachhaltige Gewinne erwirtschaftet werden können. Denn nicht umsonst gibt es ja einen Spruch, es kommt nicht darauf an, was man verdient oder umsetzt, Thema Umsatz, sondern es kommt darauf an, was man behält in unserem Kontext, Thema Gewinne der Unternehmen. Nun, es gibt wirklich unterschiedlichste und zahlreiche Kennzahlen, die man zum Zwecke der Analyse von Aktien heranziehen kann, aber welche Bewertungskennzahlen kennt ihr und welche wendet ihr an? Schreibt es gerne in die Kommentare. In dem heutigen Video wollte ich jedoch die wichtigsten zusammenfassen und komme nun zu der Eigenkapitalquote. Diese gibt nämlich an, inwiefern ein Unternehmen mit seinem Eigenkapital im Verhältnis zu den sämtlichen anderen Vermögenswerten verschuldet ist. Eine Quote von 100% wäre hierbei eher Mythos und Theorie, denn am Ende des Tages hat jedes Unternehmen Schulden und Verbindlichkeiten, sei es zu Investitionszwecken oder für anderweitige Sachen. Doch auch eine Eigenkapitalquote von 0% oder gar negativ wäre sehr kritisch zu betrachten und würde definitiv einen Insolvenzgrund darstellen. Eigenkapitalquote gibt also an, inwiefern ein Unternehmen stabil dasteht oder eventuell dem Risiko der Insolvenz ausgesetzt ist. Nichtsdestotrotz muss eine geringe Quote nicht unbedingt schlecht sein, es hängt sehr stark von der Branche auch ab. Beispiel wären die Banken, die mit Kundengeldern in der Regel arbeiten und somit von Haus aus eher niedrigere Eigenkapitalquote besitzen. Das passt jedoch zu dem Geschäftsmodell als solches und muss nichts Schlechtes sein. Es ist aber wie gesagt sehr branchenabhängig. Aber um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt verschiedenste Titel hätte, verschiedenste Aktien aus dem Bankensektor und am Ende hätte ich drei, die relativ unentschieden, also auf gleicher Ebene stehen würden, dann würde ich definitiv bei diesen drei mich für den Titel entscheiden, der am Ende die höchste Eigenkapitalquote besitzt. Nun wie anfangs des Videos versprochen, möchte ich euch konkret paar Hinweise geben, wie man solche Bewertungskennzahlen ermitteln kann, um für sich die passenden Aktien zu finden. Zum einen kann man hier bei einigen Brokern die Daten geliefert bekommen, hier beispielhaft wirklich völlig wertfrei an der Stelle als Beispiel BMW Aktie. Und wenn man sich hier die Daten ansieht, dann findet man hier Umsatz je Aktie, Cashflow je Aktie und so weiter, dann kann man hier die Zahlen in die vorher genannten Formeln einsetzen und so für sich die Werte berechnen. Die Eigenkapitalquote muss man hier sogar gar nicht berechnen, die ist schon aktuell angegeben. Bei manchen Anbietern oder Portalen sind die Werte sogar schon ausgerechnet. Hier sehen wir zum Beispiel den KGV nach Jahren angegeben, Umsatz je Aktie oder auch Eigenkapitalquote. Hier würden wir natürlich andere Werte wie KBV oder KCV noch abgehen. Da müsste man woanders recherchieren. Da muss man sich anderweitige Quellen bedienen. Ich verlasse mich grundsätzlich sowieso nie nur auf eine einzige Quelle und rechne oft die Dinge auch mal selber nach. Dann gibt es Banken oder Broker, die haben schöne Suchfunktionen bzw. stellen Selektionen zur Verfügung. Hier KGV, KBV, Eigenkapitalquote, noch einiges mehr hier. Geben wir hier doch mal was ein. Zum Beispiel beim KGV bis 12 wäre super wert. KBV bis 2, Eigenkapitalquote beispielsweise ab 30% aufwärts. Und falls es jemand möchte, kann man hier beim Börsenwert auch sagen, ja ich möchte nur zum Beispiel vom Börsenwert kleinerer Unternehmen was sehen oder mittlerer, großer, sehr großer. Ja klicken wir hier einfach mal große Werte an und dann gibt es schon Ergebnisse unten über mehrere Seiten verteilt. So dann kann man zum Beispiel sich nur auf eine Region oder ein Land konzentrieren. Nehmen wir hier beispielhaft Deutschland. Wählen wir das hier einfach mal aus und sehen uns die angepasste Liste hier nochmal an. Auch an der Stelle die Ergebnisse völlig wertfrei. Es geht nur ums Prinzip. Ja und so kann man sich bei seinem eigenen Broker Depot die Informationen verwenden und ausfindig machen oder aber auch auf anderen Plattformen. Manche Broker stellen nur wenige Infos zur Verfügung, sehr unterschiedlich. Wichtig ist jedoch, man kommt an diese Informationen und wenn man erstmal ein Gefühl dafür entwickelt hat und sich damit befasst, dann kriegt man es mit der Zeit auch gut hin, die richtigen Seiten, Tools, Ansätze anzuwenden, um hier professioneller beim Investieren agieren zu können. Zum Schluss noch folgender Hinweis. Es gibt Verfechter von ausschließlich Fundamentalanalyse. Es gibt Fans ausschließlich der technischen Analyse. Ich bin ein Fan von umfangreicher Analyse. Stellt euch vor, arbeitet ihr alle Kapiteln ab und tätigt nur Käufe oder Investments, die sowohl fundamental als auch technisch brillant aussehen. Dadurch habt ihr einfach deutlich höhere Trefferquote. Mit diesem Ansatz auf Dauer erfolglos zu bleiben ist fast unmöglich. Vor allem, wenn man dann auch noch die anderen Regeln beachtet, die ich eben wie gesagt in diesem Video hier bereits angesprochen habe. Das waren sie also, die wichtigsten Kennzahlen aus dem Bereich der Fundamentalanalyse. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch auch beim nächsten Video wiederzusehen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage bis demnächst. Euer Johannes Berling Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.